Ich weiß nicht. Kann natürlich sein, dass es wieder nicht geht. Hier ist das Werkzeug drin, das wollte ich gerade vorbeibringen, weil er mir ja gesagt hat, um 15 Uhr kann ich bei ihm vorbeikommen. Ich war gerade da, macht keine auf. Unten macht auch keine auf. Und so was will mit mir befreundet sein. Wie soll das gehen? Ohne Quatsch jetzt. Wie soll das gehen? Sei ruhig. Ich bin mal gespannt. Ich gehe heute nicht mehr aus dem Haus. Es sei denn, ich kriege den telefonisch, war telefonisch, habe ich den ja auch nicht gekriegt. Was mich denn wieder Geld kostet, wenn der Anrufbeantworter anhielt. Kostet ja mein Geld, nicht seins. Und so weiter. Dann wird es heiter. Die Telefonnummer brauche ich nicht mehr mir. Das habe ich selber gemacht. Aber der ruft auch nicht zurück. Na ja, was zu denken. Okay. Dann war das, würde ich mal sagen. Ja, weil so eine Freundin brauche ich nicht. Ja. Darf aussehen.